Unter Winnstetten, nahe dem mittelfränkischen Dietersbrühen. Hier heizen die Oberkreiner den Traktor-Fans mächtig ein. Richtige Traktor-Fanatiker sind es hier. Oder wer nennt einen Traktor-Ohrring schon sein Eigen? Apropos Ohr, das ist Willi Ohr. Er ist nicht nur der Veranstalter der ganzen Gaudi, sondern hat in seiner Scheune auch eine riesige Sammlung Alta-Takur. Ja, hurra, da legst du nieder. Vom nasskalten Sommerwetter lässt sich hier wahrlich keiner die Laune verderben. Klar, denn die Bayern, die wissen halt zu feiern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017